Ich komme gerade von einer stressigen Geschäftsreise. Aber dienstags ist immer mein Entspannungstag. Da mache ich erst Kerzen und Räucherstäbchen an. Dann fange ich mit Yoga an. Und danach mache ich Tiefenentspannung. Und wenn ich Tiefenentspannung sage, dann meine ich Tiefenentspannung. Und zwar mit meinem neuen Tee. Der hat nämlich für mich den richtigen Durchmesser und die richtige Länge. Und ich kann ihn ohne Ausnahme jeder, aber auch wirklich jeder Frau, empfehlen.